Na Mädels, was ist denn los? Ja, um, we need help, we have a flat tire. Sag mal, dich kenn ich doch. Von dir hab ich doch eine ganz heiße Kassette zu Hause. Ihr seid doch immer feucht zwischen den Schenkeln. Hallo, hier ist der Dr. Halter. Der Dr. Halter ist der Dr. Halter. Der Dr. Halter ist der Dr. Halter. Oh my god, is that a house? Jenny, Jenny look, I think it's a house, I swear. It's a light or something. Come on, let's go. Hi, we got a flat tire. Can we come in? I don't know. Scheiße! Verflug das Scheiße bei einem Scheiße! No! ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk